Nachdem ich in den letzten Tagen immer wieder gefragt wurde, hey Wolf, wann gibt's eigentlich mal wieder Trackmania? Frage ich mich einfach nur, ja warum habt ihr's eigentlich nicht mitbekommen? Wir sind doch schon längst wieder auf der Strecke mit den Jungs! Das Trackmania Remake ist doch rausgekommen und wir sind wieder am Start! Auch im Stream natürlich, mit allen am Start! Also ihr müsst einfach nur dabei sein und das könnt ihr morgen tun, am Montag um 20 Uhr. Da sind wir nämlich wieder mit den Jungs auf der Strecke. Also seid doch mal dabei und fragt nicht, wann immer wieder Trackmania kommt, denn es ist doch schon lange wieder da. Um auf unserem Server mitzuspielen, müssen wir übrigens nichts anderes machen, außer oben auf Live klicken und dann in der Suchfunktion richtig meinen Namen eingeben. Und dann, tadaa, wie durch ein Wunder erscheint, da wo ich jetzt gerade drüber sitze, der World of Server, einfach auf diesen draufklicken, mitfahren, mitspielen, ist immer für euch zur Verfügung. Das sind alle die Strecken, die wir möglicherweise in unseren Weltmeisterschaften fahren. Ihr kennt das, seid dabei, habt Spaß, wir sehen uns im Stream!